Musik 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 Hallo! Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug Heute wieder eine neue Slime-Challenge mit Kathi und mir und zwar eine ganz verrückte Passend zum Sommer, beziehungsweise Jetzt ist es ja kalt, aber Sommeranfang ist ja bald Wir machen heute eine Pool-Slime-Challenge Und die Aufgabe ist es heute Wasserschleim zu machen Das heißt, diejenige, die den besten Wasserschleim macht, hat gewonnen, da könnt ihr gerne am Ende des Videos abstimmen und wir haben hier unterschiedliche Blautöne, diese Baby-Plunch-Becken, jede Menge Kleber und ich würde sagen, let's go! Los geht's! Okay, du kannst dich entscheiden, Clear-Kleber oder weißen Bastel-Kleber? Clear, dann einmal hier Hatti, bist du bei der Polizei mittlerweile? Ja! Ich fasse mal auf, damit du keinen ärgerst Ja, dann bist du aber nicht sehr erfolgreich als Polizist, muss ich sagen Ich bin nicht bei der Polizei Ja, ich meine auch das T-Shirt, deswegen Ja, ach nee Ja, mach so viel wie du denkst Vorsicht, das ist Klunch-Specken hier nicht ab Es muss ja mindestens so viel sein, dass einmal der Boden bedeckt ist, ne? Ja Ja, dann mach ich einfach mal Rein damit! Kipp! Uiuiui, XXL-Slime wird das definitiv Ich glaub das reicht, oder? Ja, jetzt ist es doch Jetzt ist es in Ordnung Ich nehm auf jeden Fall den anderen Kleber, weil davon ist jetzt auch gar nicht mehr so viel da Habe aber schon neun geholt Der ist schon unterwegs, vielleicht kommt der noch an So, ich nehm weißen Bastelkleber Meins wird jetzt nämlich nicht so durchsichtig Hier hängt es ein bisschen runter Sondern wird weiß, beziehungsweise so deckend, deckend blau Oh man, ich bin schon gespannt, ob das wirklich hinter aussieht wie Poolwasser Ich hoffe nicht, dass wir jetzt in unserer ganzen Pool So ein Babypoolwasser sieht ja manchmal noch ein bisschen anders aus Ehh Okay, jetzt geht es an die Farbe Kleber haben wir jetzt Farbe, entscheide dich, du darfst auch gerne verschiedene Farben mischen Ich hab jetzt einfach mal alle möglichen Blautöne, die wir so haben geholt Ich glaub ich entscheide mich für dieses Für Neonblau Neonblau, genau Ich entscheide mich für das hier Das ist eigentlich Fingermalfarbe Die gleiche Farbe hatten wir auch bei unserer XXL Slime Erdbeer Challenge Vielleicht mische ich aber auch ein bisschen Also ich finde aber das hier hat mich direkt an den Pool erinnert Uh, das ist ganz schön dick die Farbe Sehe ich mal Plupp Uh, doch, das find ich gut Aber ich werd noch ein bisschen so Glitzerblau dazugeben, glaub ich Ja Mal gucken Das wird bestimmt dann so ein Babyblaues Wasser Ja Ja Ich glaub ich muss noch ein bisschen mehr Dunkelblau dazugeben Soll eher so das tiefe Meer sein, nicht das flache Meer Oh Ich werd auf jeden Fall hiervon ein bisschen dazugeben Ich hab schon Farbe hier auf meinem Langschbecken geschmiert Ich drehe das mal um, sonst komm ich da gleich gegen Und ich hab hier noch so einen blauen Glitzer dazugegeben Ich bin mal gespannt, ob das schon alles durchfärbt, weil das schon zu viel ist, ne? Also ob das wirklich hinter alles blau ist oder ob ich noch mehr Farbe brauche Das könnten wir ja gleich mal herausfinden Wollen wir erst mal ein bisschen rühren? Wir rühren erstmal die Farbe ein, um zu gucken, wie stark der Blauton ist Okay, los geht's Das ist ja jetzt schon Rühren, Baby, Rühren Ja So schnell waren wir noch nie mit Rühren, Baby, Rühren Rühren, Baby, Rühren Rühren, Baby, Rühren Rühren Oh, das sieht richtig cool aus, wie sich das so mit dem, mit dem Kleber vermischt Das ist Kunst Also bei mir sieht es auch super schön aus, finde ich Und das erinnert mich auch schon wirklich an so einen richtig tollen Pool in der Sonne Aber vielleicht brauche ich noch ein bisschen mehr Farbe Es ist mir noch ein bisschen zu durchsichtig Ich bin übrigens auch gespannt, ob wir überhaupt das hinterher zu Schleim hinbekommen Oder ob der Pool jetzt einfach für immer verklebt ist Das hoffe ich nicht Das wäre sehr verschwenderisch Ja, weil hier unten so viele Nähte sind und so Ach, bestimmt Ich schwimme ja auch so gerne, deswegen ist das genau das Richtige für mich Auch in so einem kleinen Pool Ja gut, da pass ich leider nicht rein Aber Nur die Füße, ne? Tati ist immer die, die ins Babybecken pinkelt Nee Das ist übrigens unter der Kamera Ja, ich habe eben auch schon ein paar Worte Aber ist ja okay Haben sie wahrscheinlich an der Stimme gar nicht erkannt, Nina eben Hätte ja auch einer sein können, der einfach hinter der Snack ist Ja, ja Einfach ein paar blöde Kommentare rein Ja, ja Stimm kann, beobachte du das einfach aus Einfach mal ein bisschen ins Video Ich habe auch keine anderen Hobbys Einmal so ein bisschen ins Video pröbeln Oh, ich finde meins richtig schön Also wenn das jetzt gleich noch zu Schleim wird Das ist voll die schöne Farbe Ich habe hier in den Nähten wirklich das Problem, dass ich das nicht so gut mische Sieht eher aus wie so Also nicht wie Schleim, sondern einfach Farbe Als ob ihr Farbe mischt Und damit irgendwas jetzt anmalen möchtet Können wir schon loslegen mit, äh Activator Activator A könnte natürlich auch ein Aktivator sein, ne? Aktivator Also Activator Ja, mach mal Activator Ich glaube, da brauchen wir heute richtig viel Soll ich auch mal so machen wie Nina immer Es ist auch gut, dass sie dieses Planschbecken hier gleich umkippt So, ich brauche auf jeden Fall auch was Du kannst aber auch, glaube ich, ein bisschen nach vorne kommen, Katja Ich helfe dir mal, Katja Danke Das ist ein bisschen Platz Ja So, Activator, Natron und alles Dies, das brauche ich auch Davon braucht ihr diesmal, glaube ich, relativ viel Ziemlich viel, genau Oh Fängt schon ganz an Oh ja, der typische Nina Gleich mal die Verschlusskappe hier, hier reingeschmissen Hier habe ich schon sowas, wo man sowas ablehnt Ich habe gerade deinen mit meinem Schleim gemischt Das hat ein Tropfen von meinem Schleim in deinen Schleim gekommen Das ist nicht so schlimm Ich glaube, wir müssen... Eine Prise ist heute auch ein bisschen mehr Kannst du mir mal bitte die Schere geben? Ja Weil die Öffnung ist viel zu klein So, ich rühre jetzt mal ein bisschen Ne, ne, das wird noch nichts Das sehe ich sofort als... Ei Was war das? Ist das in meinen Pool reingekommen? Nein Haben wir danach überhaupt noch Kontaktlinselösung? Wahrscheinlich eher nicht Kaufen wir dann gleich Kaufen wir nach So, ich brauche auf jeden Fall noch... Mach ich gleich Ich brauche auf jeden Fall noch Natron Das hatte ich nämlich noch gar nicht Bitteschön Ja, du hast auch schon auf jeden Fall viel Kontaktlinselösung Da muss bestimmt ein ganzes Packchen rein Da muss bestimmt ein ganzes Packchen rein Okay, ich rühre mal weiter Da muss mehr rein Rühre, Baby, rühre Rühre Rühre, Baby, 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 rühre Du bist mein Echo Oh ja, das wird schon so ein bisschen Es wird auf jeden Fall schleimig schon hier in der Mitte, aber es ist so viel bis an die Ränder, deswegen, ich glaube das dauert noch ein bisschen. Ist noch mehr Natron da eigentlich? Ja. Willst du noch mehr? Ich glaube. Und ja, bei Nina ist das eigentlich auch schon. Es wird schon ein bisschen schleimig. Es ist in der Mitte, der Kern wird schleimig. Muss auf jeden Fall hier noch gut rühren. Also hier in der Mitte ist es bei mir auch schon schleimig. Hier geht es bei Kati auch schon mittlerweile, aber es fehlt noch ein bisschen. Noch mehr untergeben. Hier ist nichts mehr drin. Kannst du mir noch mal Natron geben? Ja. Rühren, Baby, rühren. Rühren, Baby, rühren. Und mehr Kontaktlinsenlösung, ganz klar. Mein Gott! Mein! Für mich jetzt will ich hier. Das ist besonders anstrengend heute, wenn man so groß tut. Diese Mengen an Kleber. Aber es wird auf jeden Fall schon richtig schleimig hier. Oh, es löst sich noch nicht von den Seiten ab. Ja, vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Wir haben jetzt alle unsere Klebervorräte und Natronachvorräte und alles Vorräte aufgebraucht. Nur Farben haben wir noch. Nur Farben. Aus Farben lässt sich kein Slime machen. Du, Kahn, würdest du dich da eigentlich reinlegen in diese Kuh? Nö. Nö, ganz klar nö. Nö. Das überlasse ich euch. Boah, ich kann gleich nicht mehr. Der sieht auch sehr anstrengend aus. Ja, ist auch ganz anstrengend. Ah, ich weiß nicht, ob wir das... Ja, doch, das sieht eigentlich schon relativ gut aus. Ja, es ist auf jeden Fall schon richtig schleimig. Mhm. Löst sich aber noch nicht so richtig ab. Also vielleicht noch ein bisschen Natronachvorräte. Bei Nina aber eigentlich auch ganz gut. Es ist halt sehr, sehr viel von der Masse und das ist halt die Schwierigkeit dabei. Ja, ich glaube, wir müssen einfach fünfmal so lange rühren wie sonst. Guck mal, das ist schon so lange, dass ich jetzt hier den Akku schon austauschen muss bei der Kamera. Was? Ja, okay, sind zwar nur zehn Minuten knapp, aber gut. Wir müssen echt heftig hier rühren. Auch der Akku merkt es, dass es sehr anstrengend ist. Oh. Ja, so langsam wird es richtig fest, aber bei mir... Ich habe keine Kraft mehr. Ja, man sieht es. Ich lege mich gleich erstmal da oben ein bisschen in das Bett und ruhe mich aus. Das ist so anstrengend. Schleimischleim. Ist da noch ein bisschen Kontakt in der Flässigkeit über? Hast du die nochmal eingetestet? Jetzt müssen wir gleich Nachschub holen. Ne, die ist leer. Hier ist noch ein bisschen drin, glaube ich. So, ihr könnt weiter hier rühren und kneten. Und ich tausche mal kurz den Akku aus. Und ihr könnt ja so lange weitermachen. Ja, machen wir. Das dauert sowieso noch ein bisschen länger. So, unser Slime oder Möchtegern Slime, der hat jetzt noch ein bisschen geruht und gezogen. Und jetzt ist er doch ganz schön fest geworden. Bist du schon mit den Fingern drin? Ne, ne? Ja, ich war ganz schön mit den Fingern dran. Also, ich bin ja immer sehr ungeduldig. Aber bei Schleim lohnt es sich einfach wirklich kurz ein bisschen zu warten. Der ist schon viel besser geworden. Einfach nur durchs Warten. Ich werde jetzt trotzdem aber noch ein bisschen Kontaktlinsenflüssigkeit wieder hinzufügen. Weil gerade so an den Ecken klebt das noch total. Also, hier so an den Rändern. Meiner ist schon fertig. Ja? Ja. Gucken, ob ich das hier aus den Rändern noch auskriege. noch mal über ein bisschen hier in die Ecken rein. Kannst du auch noch mal einen ganz kurzen Schuss machen, woher? Uh! Schuss auf Kahn mit Kontaktlinsenlösung. So. Ich vermute das jetzt mal hier rauszunehmen. Boah, der ist echt richtig. Der Klipp hat so richtig am Boden fest. Bei dir nicht? Ne, geht eigentlich. Da wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß beim Aufräumen gleich. Danke. Spenden wir Anne-Klietja, da könnte ich dir die kleinen Kinder reinlegen. Ja, der klebt immer noch ziemlich. Also, ich glaube, ich werde einfach noch mal ganz großzügig... Ups, ist er schon wieder leer? Ach nee, das ist die alte. Das ist die neue. Oh yeah. Einfach großzügig überall noch ein bisschen an die Hände vielleicht. Uh, warum habe ich denn so blaue Farbe hier an den Händen? Hat es abgefärbt? Aber das war nicht die Farbe, die ich benutzt habe. Und dann wahrscheinlich bin ich irgendwo hier gerade... Bist hier vielleicht reingekommen an meinen? Ach da, an deinen Rand bin ich gekommen. Ganz genau. Ja, da habe ich gekleckert. So. Der lässt sich echt nicht so gut hier rauslösen. Ich glaube, das ist leichter. Ja, das ist schwierig. Wahrscheinlich, weil das ja am Plastik so festklebt, ne? Nicht, dass du trotzdem nicht sagen... Ihr könnt ja nochmal schön ziehen einmal hier. So. Ja. Kann man sehen, dass das ein richtiger Pool-Slime ist. Oh, jetzt klebt es. Boah, und was für eine Menge das ist. Sieht dran auch. Bei Karte sieht das ja sehr schön aus. Gigantische Menge. So, boah. Habe ich euch da Farbe untergeworfen? Ne, ist zu. Ist alles zu. Keine Sorge. Ne, die Farbe ist hier auf jeden Fall offen. Aber nichts passiert. So, ich würde sagen, unser Pool-Slime ist fertig, oder? Wir müssen noch ein bisschen versuchen, den hier rauszukriegen. Also man kann bisher nur so Portionen rauskriegen. Das Wasser gehört doch in den Pool. Warum sollte man das Wasser aus dem Pool rauskriegen? Das stimmt. Hast du auch wieder recht, ne? Aber ich hole jetzt trotzdem einmal den raus. So. Ich habe hier meinen Pool-Slime. Und das ist gerade mal die Hälfte, wenn überhaupt. Das ist gerade mal so die Hälfte, genau. Ich finde aber, die Farbe sieht richtig toll aus. Und das erinnert mich wirklich an so einen richtig schönen sommerlichen Swimming-Pool. Ja, man kennt auf jeden Fall schon einen Unterschied. Hier haben wir so einen, ich würde sagen, eher Meeresblau schon und hier so Poolblau eher. Sieht schon, boah, sehr schön, Kathi. Sieht schon fast aus wie so Eis-Pool-Schleim. Wie kühles Wasser, dass man im Sommer reinspringen. Es macht auf jeden Fall mega Spaß, hier in so einer riesigen Form drin rumzumatschen. Zeig mal noch mal, Nina. Mal so richtig ziehen. Oh ja. Hört gar nicht auf. Unendlich viel Schleim hier bei uns. Das war die XXL Pool-Slime-Challenge. Ihr könnt abstimmen, wer den besseren Wasserschleim gemacht hat. Ist es Kathi oder bin ich es? Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonnieren, kommentieren, folgt uns gerne nach dem Video auf Instagram, spielt mir Kinderspielzeug oder Nina-NaKlar oder Kathi-Karacho. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.